Heute müssen Brocks und ich aus dem Grusel-Gefängnis entkommen. Ich sag mal so, da sind ein paar ziemlich gruselige Gestalten, die uns holen wollen, Freunde. Lasst uns auf jeden Fall gerne einen Like und ein Abo da, es wird sehr, sehr gruselig und auch spannend. Also, wenn ihr Roblox feuert, Freunde, lauft auf jeden Fall auch auf den Abo-Button. Und jetzt viel Spaß. Wow, Kasper, Alter, wo sind wir denn? Man scheint in der Zelle, ich wollte mir gerade nur die Hände waschen. Dann sehe ich diese ekligen Kakerlaken auf dem Boden. Alter, die sind auch 4.000 mal hoch. Guck mal hier, ein Bild von Omi, von deiner Oma, guck mal. Alter, wie sieht die denn aus? Oh mein Gott. Der kommt oben scheiße raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal, komm mal hier. Hier können wir was machen. Warte mal, lass mal hier raus. Wir können aus dem Gefängnis aussprechen, sagst du? Ja, lass mal versuchen, lass mal hier dran ziehen. Komm an den Ding. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Oh mein Gott, das Ding ist in irgendeinem Grusel-Gefängnis gelandet. Okay, also was heißt Grusel-Gefängnis? Hier sind Monster oder was? Ja, anscheinend ist ja auf jeden Fall nichts, wie es in der normalen Obby so ist. Oh, okay, 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 ich bin sehr gesp... Oh mein Gott. Es sieht auf jeden Fall alles auch richtig gruselig aus, muss ich sagen. Vor allem, ich sehe auch gerade, du hast hinten an deinem Ding, ist da so Blut dran. Oh ja, weil ich auch schon misshandelt wurde von irgendwelchen Wären an mir. Oh Gott, was ist da unten? Oh, siehst du nicht weißt? Oh nein, da steht Bleib zurück. Was? Okay. Geben wir da mal ganz... Geben wir da mal rein oder nicht, ist die Frage. Oh mein Gott, oh mein Gott, guck mal, der heißt Dummheit. Dann ist es wirklich auch eine Dummheit, da reinzugehen wahrscheinlich. Okay, warte mal. Das ist ein doppeltes Zeichen. Der elektrische Stuhl, kennst du den? Nein, den kenne ich, ja. Wenn du nicht artig warst, wirst du drauf gefesselt und kriegst Schocks, Elektroschocks. Oh, okay. Was denn? Hast du es nicht gesehen? Ja, auch hinten in der Scheibe. Oh mein Gott, ja. Da war gerade was ganz Gruseliges. Da war gerade was ganz Gruseliges. Ich will nicht weiter. Ich will nicht weiter. Müssen wir hier lang? Ich glaube, wir müssen echt da lang. Oh Gott, was hat die denn in der Scheibe da gemacht? Oh mein Gott, ist die gruselig gewesen. Lassen wir hier ein bisschen weiter gucken. Oh, 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 oh. Oh, oh. Okay, ähm. Oh, hier irgendwo. Hallo? Hallo? Wieso ist auch hier kein Wärter? Da oben ist der Zeug? Oh, pass auf! Lauf, 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 lauf. Hoch, 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 hoch. Wo kommt der denn? Der kommt mit hoch, der kommt mit hoch. Nein, der hat mich. Aua. Oh, der hinter dir ist schon wieder da. Auf mich schon wieder. Oh mein Gott, hoch, hoch, hoch. Jetzt aber weiter, komm, jetzt aber weiter. Da, rein, rein, durch, loch, 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 loch. Wie durch? Es geht nicht. Es ist schön, es geht nicht. Ich versuche alles Mögliche. Ich versuche alles Mögliche. Nein! Man kam da nicht durch. Ja, ich bin durchgekommen. Wieso bist du da durchgekommen? Ich kam da nicht durch. Du musst da irgendwie reinkommen, Broxo. Es gibt hier keinen Weg. Wie soll ich da reinkommen? Los! Ja! Oh mein Gott. Du hast mich klein gemacht. Ja, du hast es aber auch so geschafft, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, es lag daran, dass du mich klein gemacht hast, oder? Ah, du bist ja klein. Mach mich wieder groß. Ich weiß nicht wie. Mach mich wieder groß. Du bist ja voll klein. Hey. Ich muss mich selber schießen. Oh, die kann ich nicht abschießen. Oh Gott. Ich glaube, du kannst damit gehen. Hä, wie soll ich ihn jetzt hier rühren? Ah, nein. Ich bin zu klein gewesen, Daph. Ja, aber es ist nicht schlimm. Ich habe ihn klein gemacht, den neben mir. Jetzt bin ich groß. Okay, 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 komm. Wir hauen ab. Lauf schnell. Ah, nein. Nein. Mann, da musst du echt vorsichtige Sprünge machen, Broxel. Pass auf. Du musst hier den Hebel nehmen. Nein, nein, meine Waffe ist weg. Hebel, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Meine Waffe ist weg, Kaspar. Die kommt gleich wieder. Die kommt gleich wieder. Ich hatte gerade so viel. Ah, stimmt. Du hast recht. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut. Hör auf, jetzt hier die Leute klein zu machen. Hör auf, die Leute zu ärgern. Hier, ein Hebel. Ich mache an. Und. Ja. Oh. 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 Hör auf. Hey. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Hier rüber und. Oh, das war schon ganz, ganz knapp. Oh. Gott. Du bist doch echt ein Assi. Sag mal. Wie soll ich das denn jetzt machen hier? Also wirklich du Assi. Du, ich, 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 wir gehen jetzt hier nach oben. Komm jetzt mit. Okay, okay. Na gut. Au. Oh Gott. Na, ich bin da nicht so blöd. Ich kann hier mal ganz aufentspannt vorbeigehen. Warum hat er gerade Elektro geschockt? Tja, weil du nicht aufpasst. Ah, okay. Ich bin oben. Ich bin oben, Broxel. Jetzt komm mal hoch hier. Toll, das ist sogar ein Vorteil, dass du klein bist. Ja, 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 ja. Ich gehe sogar noch höher. Alter. So, ich gebe jetzt auch gerade oben. Hi, hi, hi. Hey, du bist doch richtig klein. Ich bin richtig klein. Oh nein. Oh, was ist da? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hol nicht den Minikast. Was ist das denn hier? Oh Gott. Oh Gott. Du hast nichts oder sowas. Ja, ja, mit Hüten zu hüten. Die haben sich ja noch nicht gehört oder so. Oh, aua. Hey. Was war mit denen denn los? Sag mal, kannst du die nicht schrumpfen? Ach, nee, ich glaube nicht. Probier mal. Okay, geht nicht. Wir dürfen nicht so in deren Nähe kommen, Broxo. Oh. Oh Mann, oh. Jetzt bin ich voll in die Nähe gekommen. Hat er die schon wieder geholt oder was? Ja. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich warte hier hinten. Oh Gott. Okay, ich muss da... Alter. Vorsichtig, Slalom. Ich glaub's nicht. Wie verrosselte Rollstühle. Hier sind du verrosselte Rollstühle, sag mal. Was soll das denn? Oh Gott, hier ist noch einer. Hier bist du, hier bist du. Komm her, komm her. Ja, ich komme. Okay, okay, sehr gut. Dann lass mal hier direkt weiter. Erstmal hier, dann hier die Sägen. Oh, ich hab's direkt. Alter Junge, Junge, das war knapp. Oh, was? Oh Mann. Jetzt komm ran hier, sag mal. Als wenn du von den Spikes getroffen wirst. Du bist leider gerade echt von den Spikes getroffen. Ich dachte, du bist der Obby-King hier. Ja, bin ich jetzt auch. Pass auf. Okay, okay, komm, wir gehen weiter. Oh Gott, was steht da? Irgendwohin klettern. Hier. Ich hör ihn. Schrupp ihn bitte, wenn du ihn siehst. Nein. Hier ist er. Hilfe. Oh nein. Er hat mich. Hat er dich auch? Oh nein. Okay, wir müssen schnell anscheinend auf die... So hier rein. Also irgendein Seil. Wir müssen das Seil klettern. Aber wo ist das? Hier vorne lang? Ah. Oh Gott. Nein. 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 Er hat mich schon wieder. Mann, der ist so schnell. Wo ist das Seil jetzt? Ganz hinten durch oder was? Ja, genau. Okay, okay. Hier, da ist so ein... Ich hab's. Ich bin safe. Ich hab's, Proxo. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, okay. Komm ran, komm ran. Komm ran, komm ran. Ja, endlich. Okay, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, okay. Was ist hier? Gefahr. Gefahr. Oh Gott, oh Gott. Oh. Pass auf, siehst du das da, was ich sehe? Die Skelette? Ja. Aber was sollen wir jetzt mit denen machen hier irgendwie? Hier am besten nicht berühren oder so? Oh, doch, wir können die berühren, alles gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay, 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 okay. Okay, ich hab's, ich hab's. Die hauen nicht wahrscheinlich einfach nur runter. Ja, ja, ich glaub, die hauen nicht runter oder soll dich ablenken oder sowas. Hier lang? Vorsichtig. Ich glatt in mir, das war ganz... Ja. Oh, das war knapp. Du hast gelacht. Ja. Hey. Haha. Mann. Du Aski. Du kommst raus aus der Tür. Ja, geht nicht, ich bin zu schwach. Mach auf. Mach auf. Ja. So, danke. Okay, okay, okay. Ja, dafür bin ich schon ganz unten. Okay, okay. Dann komm doch mal raus. Ach, Mann, also wirklich, als kleiner Mensch hast du echt nicht ein... Hey! Ich bin hier hinten noch gewangen. So, okay, okay, dann komm, Baby, Kaspar. Dann... Boah, guck mal hier, die Spülmaschinen oder Waschmaschinen. Warte mal, da steht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Click for tap. Hä? Ah, da sollst du drücken, um so ein Ding zu bekommen, ne? So ein Teil, aber ich glaub, das war nur... Was ist hier denn? Ach so, jetzt um was... Ne? Guck mal! Ich hab einen Helm auf! Was? Wie geht jetzt runter in die Mine? Aber ich hab noch mehr von diesen... Alter, ich bin dafür zu klein einfach. Mach mich wieder groß! Mach mich wieder groß! Okay, ich darf nicht auf die X klicken, oder was? Ich hab dich durch. Ja, ich mich auch wie Maul wormen. Obwohl, du musst auf die X klicken. Muss man nicht. Du Lügner, Alter, du Assi! Du Assi, da wollte er mir nicht gönnen. Oh mein Gott, hier lang, hier lang. Ey! Was geht? Hey, guck mal, komm mit! Okay. Hier ist der Weg nach draußen, Kaspar. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm. Jawohl. Sind wir schon draußen? Oh, wir müssen uns hier anscheinend auf die Dings gehen. Okay, irgendwo sollen wir rein? Oh Gott! Da ist er, da ist er! Nein. Oh Gott. Kaspar! Oh! Oh! Oh, nein! Der hat mich! Nein, Hilfe! Mann, der ist so stark immer. Ey, du hast gar keine Chance gegen den. Okay. Ja! Oh mein Gott, die Teleportwaffe hat was gebracht. Ich konnte die einfach austricksen. Ja, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier rein? Nach oben. Ja, okay, okay, okay. Oh, jetzt sind wir hier Hebel nehmen. Okay, und jetzt hier aufmachen, jetzt wieder raus. Ich kann ja sogar schon rausgehen. Oh Gott, das ist das für... Das Raum ist rechts. Pass auf, das sind hier die ganz gefährlichen, ne? Gefangenen. Laufst du, wir sind in so einem Hochsicherheitstrakt? Ja, 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 ja. Okay, wir sollen einen Schalter nur... Oh Gott, oh Gott! Wir sollen immer nur einen Schalter nehmen, Brock. So, ich nehme den hier. Ah! Such du einen aus. Verdammt! Es ist dieser hier! Ja! Huh? Wie? Ja! Nein! Was? Toll! Na toll! Was war das für ein Schalter? Ich sag dir nicht, welcher das war. Ich sag dir nicht, welcher das war. Also echt richtig gut. Also wirklich! Da drückst du direkt noch auf den Gleichen drauf. Das war doch nicht das Gleiche. Natürlich! Ja! Ist irgendwas auf, hier ist irgendwas auf. Ja! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ey, Alter, das ist so asozial, ne? Das ist so asozial. Hier, guck mal, was liegt denn hier? Hier ist unsere Zelle! Loin, mit dem Bild von deiner Oma! Oh nein, Kasper, ich hab irgendwas gemacht. Nein. Was hast du gemacht? Nein, ich hab irgendwas aufgesammelt. Aufgesammelt? Hier? Sammeln es nicht auf! Ich... Wieso? Was will er machen, hä? Ich trigg's ihn aus! Nein! Au! Nein! Ich dachte, ich bin zu klein, könnte er durch die Gitter stehlen. Ich frag mich aber, ich glaub, wenn wir das aufsammeln, da. Ja. Okay, wir brauchen diese Schlüsselkarte sowieso. Okay, dann sammeln die mal auf, dann hast du die aufsammeln und dann müssen wir halt direkt abhauen, ne? Wir müssen dann direkt los. Er ist so nah. Er ist wirklich so nah. Oh mein Gott! Ja, ich hab's! Oh mein Gott, er verfolgt mich noch weiter! Wow! Hier ist alles voller Scheiße! Hier ist doch ekelhaft. Ekelhaft. Hier geht's direkt zur Kantine. Okay, komm. Okay, pass auf. Ab geht's zur Kantine. Zum Hobbyguck. Alles. Als wenn du auch drauf gehst! Du, Assi! Ey! Oh mein Gott, das macht ja richtig Spaß! Ich hab's grad nicht mehr durchgeschafft. Ich weiß, ich hab extra geguckt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, schade! Okay, oh nein! Was ist denn hier, sag mal? Hör auf! Ey, also wirklich, dass du mich immer klein machen musst, ne? Hä? Was ist jetzt hier? Hörst du auch das weinende Mädchen? Ja. Iiiiih! Oh nein, er ist hinter uns! Er ist hinter uns! Was? Ah! Hey! Ich bin viel zu klein dafür! Au! Mann, ich bin immer so klein! Lauf, 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 lauf! Ah! Nein! Nein! Oh Gott, war's knapp! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Ich hab's! Ich hab's dich nicht! Die ist immer noch hinter mir! Oh Gott, was? Die Falltür ist zugegangen hinter mir, Brock, so! Wie die Falltür! Oh mein Gott, ich glaub aber für dich ist sie noch offen! Du musst da durchkommen jetzt, sofort! Wohr doch mal langsam, Zeit hier, sag mal! Hier, wir müssen die Falle benutzen! Mhm, ja! Und jetzt? Also wirklich, was ist das denn? Also warum läuft denn dagegen? Ja, weil die ist bei mir noch nicht an war! Aber ich glaube, wir müssen die Falle erst gleich benutzen, um irgendwie zu holen, glaub ich! Okay, Alter, lass mal hier durchgehen! Ah, und jetzt jemanden locken, oder was? Ja, da kommt der, da kommt der! Er kommt, okay! Ich mach ran! Na komm doch, du Blöder! Ja! Wir haben ihn geholt, sehr schön! Sehr gut! Alter! Lass mal weiter! Ne, 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 hier unten runter, hier unten runter! Ja, hier ist der, hier kann man... Ja, hier können wir raus! Ja! Komm, hier kommt ein Wagen! Da, der Zug, komm! Der Zug! Rein hier! Und? Tschüss! Also, wirklich! Afu! Broxo, wir haben's rausgeschafft! Hey! Hey! Ich bin auf die Gleise gefallen! Ah, du bist rausgefallen! Ich konnte gar nicht damit fahren, weil ich so klein war! Ich bin immer weggepackt! Ja, genau! Ist so! Ich bin auch rausgefallen! Ja, selbst schuld! Neu! Haha! Tschüss! Du Blöder! Hau rein! Ich bin auch rausgefallen, willst du, hä? Nein! Lass mich! Lass mich! Hör auf, ob ich zu schie... Oh Gott! Nein! Nein! Kleiner Baby, Kasper! Nein! Ich will überleben! Ich will überleben! Ich will überleben! Hä? Hä? Wo lang? Was ist denn? Wieso fällt der Zug so langsam? Nein, siehst du, was ich sehe? Wo geht's denn? Oh nein! 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 Ey! Hä? Ey! Guck mal! Sag mal! Was ist das denn? Ey, guck mal hinten! Ja! Ist es das Ziel hier vorne? Ja, das ist das Ziel! Was? Nicht geschafft, Kasper! Ja! Wir sind entkommen, Broxo! Sehr schön! Auch wenn ich so mini bin hier, sag mal, du Assi! Freunde, wir sind auf jeden Fall noch erfolgreich entkommen! Das hatte hier und da auf jeden Fall so seine Schwierigkeiten, muss ich sagen! Wenn es euch aber gefallen, dann gerne auf den Like und auf den Aber an! Wir sind kurz von den 10.000 Abos! Haut gerne auf den Abo-Button, ist gratis, Freunde! Dann verpasst ihr wirklich kein zukünftiges Robox-Video mehr! Tut mir das so gerne und check gerne eins von den anderen beiden Videos aus! Wir sehen uns im nächsten Video! Bis dahin und ciao, ciao!